Hallo Leute! Willkommen bei diesem Sims 4 erstelle ein Tier Video. Ich erstelle sieben Mischlingswelpen nach euren Wünschen. Dies ist Teil 60 und dies ist der letzte Teil. Okay, wen haben wir denn hier? Einen großen Mischlingshund. Hat so ein bisschen was von Bernardina. Jo, der erste Wunsch ist von Ramona Einhorn. Und Ramona Einhorn wünscht sich eine Mischung aus Mops und Neufundländer. Okay, das gibt bestimmt eine sehr interessante Mischung. Mops. So. Jawohl. Und Neufundländer. So. Okay, da hat der Mops gleich mal eine längere Schnauze gekriegt. No, ein wolliger Wuschelmops. Oh. Na, der sieht doch auch niedlich aus. Der gefällt mir irgendwie. Ja, das wäre schon auch eine passende Mischung. Ja, und hier. Ja, da wird der Neufundländer-Mops zu einer Art grauem Bernardina. Ja, der würde auch passen. Aber ich glaube, ich nehme den niedlichen. Diesen da. Mit den großen Augen. Genau. Und du sollst männlich sein, mein Lieber. Jawohl. Und natürlich wirst du ein Welpe. Ganz genau. Und wie sollst du heißen? Bello. Okay. Bello sollst du heißen. Jo. Und Eigenschaften? Habe ich keine Vorschläge? Dann nehmen wir doch mal den Vorschlag. Hier. Couch-Potato. Jawohl. Sehr gut. Und wie wäre es mit freundlich? Mhm. Und vielleicht ein bisschen verspielt? Ja. Sehr gut. Okay, Bello. Dann kommen wir gleich zum nächsten Hund. Oh. Ein Mischling. Jawohl. Der sieht doch auch nett aus. So ein bisschen verschlafen irgendwie. Der nächste Wunsch ist von Alexandra. Und Alexandra wünscht sich ein Husky gemischt mit Labrador. Okay. Also Husky. Jawohl. Ah, ganz eifrig bei der Sache. Mit Labrador. Jawohl. Okay. Gut. Offenbar ist das gar nicht so einfach zu mischen. Aber das wäre jetzt eigentlich schon eine passende Mischung. So ungefähr wenigstens. Ja. Weil er hat mehr so einen Labrador-Kopf. Auch mit den hängenden Ohren. Und sieht ansonsten aber ziemlich Husky-mäßig aus. Och. Und hier was für ein netter Wuschel irgendwie. Ja, hat so diesen freundlichen Labrador-Gesichtsausdruck. Ich glaube, ich nehme den mal so. Und er soll männlich sein und Rhino heißen. Rhino oder vielleicht Rhino, wenn man es Englisch ausspricht. Ich sage mal Rhino. So. Und. Bist du aktiv, mein Lieber? Ja, das scheint mir so. Und vielleicht bist du ein bisschen stur? Hm? Ja? Und weil du immer so aktiv bist, bist du auch verfressen, weil du immer Hunger hast. Ja, lass es dir schmecken. Sehr gut. Ja, dann kommen wir gleich zum nächsten Hund. Oh. Hm. Ja, ein Fox-Terrier. Okay. Der nächste Wunsch ist von Leo. Und Leo wünscht sich eine Mischung aus Havaneser und Bischofriese. Na, da bin ich ja mal gespannt. Also, Havaneser kennen wir. So, den hatten wir schon ein paar Mal. Gut. Und jetzt bin ich sehr gespannt, ob es den anderen gibt. Bischofriese. Ja, das gibt es tatsächlich. Sieht so ein bisschen aus wie ein Zwergpudel oder so. Bischofriese. Ich nehme an, das ist ein französischer Hund, denn das klingt so französisch. Gut, hier haben wir jetzt schon gleich eine Mischung. Okay, schnauze mal kurz mal lang. Ja. Okay. Da ist jetzt wenig vom Havaneser drin, oder? Ja, doch. Ich glaube, das ist etwas glattere Fell. Leider kann man diesen Bischofriese nicht sehr gut in groß sehen, weil man ihn hier nur in klein sehen kann. Ja, ich denke mal, das hier wäre auf jeden Fall eine passende Mischung, weil der jetzt so ein bisschen die eingedrückte Schnauze von dem Havaneser hat. Und ansonsten viele Eigenschaften von diesem Bischofriese. Ja, ich denke, ich nehme den mal so. Gut, dann machen wir dich mal zum Weibchen, damit es auch Weibchen gibt. Jawohl. Ein Welpe wirst du auch. Und ich nenne sie einfach mal Snow, weil sie so schneeweiß aussieht. Ja, und verspielt sollst du sein. Ja? Ja, das scheint dir zu gefallen. Und bestimmt bist du auch pelzig. Und ich nehme an... Tja, ich glaube, du bist ein bisschen abenteuerlich. Ja. Ja, aber bleib vorsichtig, meine liebe Kleine. So, dann kommen wir zum nächsten Hund. Oh. Tja, da war irgendwann mal ein Schäferhund mit dabei, bestimmt. Gut, der nächste Wunsch ist von Martin. Und Martin wünscht sich eine Mischung aus Barsoi oder Barsois und französischer Bulldogge. Dieser Barsoi, weiß ich nicht, wie der richtig ausgesprochen wird. Kenne ich nicht. Aber es gibt ihn hier. Also, wenn es ein französischer Hund ist, dann wird es Barsois ausgesprochen. Wenn es kein französischer Hund ist, wird es vermutlich Barsoi ausgesprochen. Er ist auf jeden Fall so ein Hund, der schnell rennen kann, so wie es aussieht. Ab in den Rassemischer. Jawohl, zacki, zacki. So, und französische Bulldogge. Na, das gibt bestimmt eine lustige Mischung. Okay, das ist schon mal sehr gelungen. Ich finde, da sieht man deutlich was von beiden. Äh, hier auch. Der ist lustig. Die Ohren sehen aus wie Eselsohren. Okay. Ja, das ist eine französische Bulldogge mit spitzer Schnauze. Na, das ist doch auch ein possierliches Hundchen. Den finde ich irgendwie ziemlich cool. Und hat schon von beiden was. Also, so die Schnauze von dem Barsoi. Ich sag jetzt einfach mal Barsoi. Und das Fell irgendwoher. Und aber so die Felllänge von dem Barsoi. Die Größe von der Bulldogge und die hochstehenden Ohren. Also, der gefällt mir recht gut. Das würde ich aber jetzt nicht so als typische Mischung sagen. Sondern man könnte so sagen, naja, gut, es ist irgendwie eine Mischung von beiden. Okay, das sieht auch lustig aus. Dieses breite Gesicht und dann diese super dünnen Beine und der schlanke Körper. Oh. Ja, sowas. Die Tiger Bulldogge. Na, das finde ich gelungen. Ich glaube, ich nehme den hier. Ja. Das gefällt mir sehr gut, dieses Hundchen. So. Jetzt gucke ich mal. Es soll ein Weibchen werden und Madlen heißen. Und als Eigenschaften scheuaktiv und freundlich. Also nix pelzig, auch wenn du wirklich pelzig bist. Scheu. Fangen wir einfach mal vorne an. Wo ist das Scheu? Da nehmen wir dann schreckhaft. Okay. Aktiv. Jawohl. Und freundlich. Ja, sehr, sehr schön. Gut. Dann kommen wir zum nächsten Hund. Ja, sowas. Ein Silky Terrier. Und mit schlechten Manieren. Und einem leuchtkräftigen T-Shirt, das ich ihm gleich mal ausziehe. Okay. Der nächste Wunsch ist von Vanessa. Und Vanessa wünscht sich eine Mischung aus deutscher Dogge und Schäferhund. Okay. Also Dogge. Jawohl. Und Schäferhund. Ja, ich denke mal, die Fellfarbe dürfte... Ach, klasse. Jetzt muss ich hier auf die Seite die Dogge packen. So. Jawohl. Die Fellfarbe ist eigentlich ziemlich klar, wollte ich gerade sagen. Dem Programm aber offenbar nicht. Denn das nimmt einfach mal eine völlig andere Fellfarbe. Ja, das könnte schon so halb passen. Ist aber irgendwie zu viel Dogge. Und das passt schon eher. Den finde ich jetzt schon mal ganz gelungen. Weil der hat so die hochstehenden Ohren vom Schäferhund. Die Größenverhältnisse eher von der Dogge und auch dieses ganz dünne Fell. Also sehr wenig Fell. Also sehr wenig Fell. Ich glaube, ich nehme den. So. Und du sollst weiblich sein. Und natürlich ein Welpe. Jawohl. Und wie nennen wir dich? Okay, einen Namensvorschlag habe ich hier nicht. Dann nehme ich mal wieder einen Namensvorschlag von meiner großen, umfangreichen Liste. Vielen Dank für die ganzen Namensvorschläge. Ich brauche keine weiteren Namensvorschläge. Okay, also. Allegra. Gut. Und Eigenschaften schreckhaft, freundlich und aktiv. Gut. Also. Nee, treu ist nicht. Aber kannst du trotzdem sein. So. Schreckhaft. Jawohl. Ja, ein bisschen schreckhaft. So ein großer Hund und so schreckhaft. Freundlich. Genau. Und aktiv. Jawohl. Ganz genau. Okay. Dann kommen wir zum nächsten Hund. Wow. Ein Schnudel. Ein Schnudel. Das ist wohl eine Mischung aus Schnauze und Pudel, nehme ich an. Ja, und der nächste Wunsch ist von Emily. Emily wünscht sich eine Mischung aus Samoyede und Dalmatina. Okay. Bestimmt wird dieser Samoyede eigentlich anders ausgesprochen. So. Aber ich habe keine Ahnung, wie man ihn aussprechen könnte. Also sage ich einfach mal Samoyede. So. Und Dalmatina. Sehr gut. Okay. Ja, das ist jetzt im Prinzip der Dalmatina ohne Flecken. Passt schon als Mischung. Oh. Der ist auch lustig. Mit dieser langen spitzen Schnauze. Okay. Und der hat jetzt rote Flecken. Würde schon als Mischung durchgehen. Na, der ist doch klasse. Ja. Also ich denke, so würde man sich eine Mischung aus Samoyede und Dalmatina vorstellen. Zumindest ich würde mir das so vorstellen. Okay. Und du sollst ein Weibchen sein. Und natürlich ein Welpe. Ja, prima. Und du sollst Milka heißen. Lecker. Lecker. Und als Eigenschaften abenteuerlich, freundlich und treu. Und pelzig bleibst du trotzdem, weil du nun mal pelzig bist. Abenteuerlich. Jawohl. Und freundlich. Ja. Und treu. Jawohl. Sehr gut. Okay. Dann kommen wir zum nächsten Hund. So. Oh. Ein Mischling. Mit einer merkwürdigen Klamotte. So gefällt sie mir schon besser. Gut. Und der nächste Wunsch ist von Mandy. Und Mandy wünscht sich eine Mischung aus Schäferhund und Rottweiler. Okay. Schäferhund. Jawohl. Jawohl. Und Rottweiler. So. Guckt so ein bisschen so. Jo. Das ist... Da neigen die Rottweiler ja glaube ich auch zu. Würde schon passen als Mischung. Schäferhund. Okay. Das würde auch passen. Oh. Okay. Den finde ich recht drollig. Oh. Und der ist irgendwie ganz großes Kino. Mit den hochstehenden Ohren. Den finde ich irgendwie lustig. Ich glaube, ich nehme den. Okay. Es soll ein Männchen werden. Und natürlich ein Welpe. Wow, wow, wow. Genau. Und Jackson soll er heißen. Jawohl. Und als Eigenschaften soll er haben. Verspielt, freundlich und klug. Ja, und klug haben wir hier schon. Sehr schön. Brav. Und freundlich und verspielt. Also verspielt. Jawohl. Und freundlich. Ja. Sehr gut. Wunderbar. Ja, das war es dann mit den sieben Welpen. Und insgesamt 60 Folgen sieben Welpenmischlinge. Das sind 420 Welpenmischlinge, die ich da gemacht habe. Und auch 420 Wünsche von euch. Vielen Dank für die vielen, vielen Vorschläge. Und ich habe auch echt viel gelernt. Also vor allem viel über Hunderassen. Viele Hunderassen, die ich noch überhaupt nicht kannte, habe ich bei dieser sieben Welpenmischlingssache kennengelernt. Und das finde ich eine feine Sache. Ja. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.